Hallo, Entschuldigung, darf ich mich mal kurz stören? Ich bin dabei. Wie heißt du? Angelique, freut mich. Ja, ich mache eine Fotostory über Mädels, wie du und andere, ganz normal von der Straße, ganz natürlich. Da bist du mir gerade ins Auge gefallen. Wie viele Fotos denn? Ja, ich darf jetzt kein Magazin nennen, aber du kennst das ja, also das Mädel von dem an, was sie gerne macht, Hobbys, Beruf, Freizeit, Moden, was sie gerne anzieht. Und es wird maximal eine Stunde dauern, dreiviertel Stunde. Wo ist es denn? Für wann denn? Ja, also das Forecasting, das machen wir jetzt gleich, wenn du Interesse hast. Und die größten Fotostory machen wir dann nächste Woche, das planen wir dann weiter. Und wie lange wird das dauern? Ungefähr so dreiviertel Stunde, Stunde höchstens. Ach, geht ja noch. Ja, eben. Und vor allem, wenn du hier gerade bist ja am Einkaufen, du sollst das ja auch nicht umsonst machen. Ach. Dann bringen wir dich anschließend wieder vorbei und dann so ein paar Mark extra. Könnte ich ja weiter einkaufen. Das war ja auch nicht böse da oben, ne? Ne, ne. Ja, gut. Wo ist das denn? Hier in der Nähe? Ja, das ist ja 10 Minuten im Baden. Ja, ja, wenn es doch einen Kaffee gibt. Kaffee gibt es auch und es ist auch beheizt. Es ist so kalt wie hier, ne? Ja. Da darfst du dich auch nicht dran stören. Das ist hier von unserem Verlach. Der möchte das haben als Sicherheit, dass wir wirklich Mädels auf der Straße angesprochen haben. Nicht so, weil es meistens alles getürt. Ja, und sowas machen wir nicht. Ne? Ja, sicher. Okay? Ja, okay. Dann kümmer. Ja, okay. Dann lass mal losgehen, wir gehen hier vorne lang. Ja, finde ich ja super.